Wo ist denn das kleine Schweinchen? Was haben Sie gesagt? Was habe ich gehört da? Ich habe einen Auftrag zu erledigen, hier hinter der Front. Sondereinsatz. Vollmacht vom Führer selbst. Wie war gleich der Name? Herold. Hauptmann Willi Herold. Die Leibgarde Herold antreten! Wie war Herr Hauptmann? Bei Blünder. Heißt auch noch mal. Auf die Leibgarde Herold. Auf die Leibgarde Herold. Gemeinsam ist man stark.